Ich mache mich stark für den ersten Karnevalsverein Lehmannberg. Weil ich selber Mitglied in diesem Verein war und den Verein einfach unterstützen möchte. Nichts mehr, leider. Ich war mal Mitglied, musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Am besten ist der Verein jetzt der Fälle für die Weiteren. Ja. Super. Schaffe ich. Schaffe ich zusammen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wolfgang kommt in 3-3m WL-1